Was hat mein Schatz so wie für ein Eis? Ammon und Schokolade. Ammon und Schokolade hat mein Schatz genommen. Lecker, 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 lecker. Oh, ich hätte die Produktion auch noch nicht gemacht. Und meine andere Prinzessin hat genommen, was hat sie genommen? Erdbeerenströne, wie Papa. Erdbeerenströne wie der Papa, genau gleich. Papa, meins. Lecker, 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 lecker. Wie kein Schokolade anzurecht. Lecker. Oh, das ist aber fein, ja. Das ist lecker, ist nicht super Pachtig. Mhhhhh. Mhhhhh. Muchas gracias, tesoro, muchas gracias. De nada. Mhhhhh. 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 Ich versuch es auf alle Spachen. Versuch es auf alle Spachen, Herr Schatzlein, eh? Mhhhhh. 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 Nicolin, wie ist das Hähn? Wie ist das Hähn? Mhhhhh. Mhhhhh. Wie ist das Hähn? Mhhhhh. Mhhhhh. Das sind Hähn? Mhhhhh.